Stefan Dutrossel Eigentlich Etzien Dutrossel war ein preußischer Generalmajor. Leben Drossel stammt aus Montpellier und war einer der vielen Flüchtlinge, die 1690 nach Brandenburg kamen. Er stand schon 1687 als Kapitän im Bataillon Cournot und kämpfte 1691 bei Lüttich. 1692 wurde er Oberstleutnant und am 27. Februar 1702 Oberst im Regiment Bahrenne. Am 8. Juni 1706 wurde er zum Generalmajor ernannt und im Jahr darauf zum Kommandanten von Altena in der Grafschaft Mark bestimmt. Am 20. Oktober 1708 erhielt er als Chef das Infanterieregiment von Schlabrendorf. Nummer 9 1713 führte er ein Chor von drei Bataillonen und elf SK Drunsdregnern an den Oberrhein zur Unterstützung des Prinzen Eugen. Drossel nahm mit den Truppen Winterquartier in Limburg. Er war an der Feldzügen in Italien am Rhein und im Brabant beteiligt. Drossel starb unverheiratet im Jahre 1714. Er nahm aber den Sohn seiner Schwester Etienne Besset an Kindesstadt an, um so den Namen weiterzugeben. Er nahm aber den Sohn seiner Schwester Etienne Besset an, um so den Namen weiterzugeben. Er nahm aber den Sohn seiner Schwester Etienne Besset an, um so den Namen weiterzugeben. Er nahm aber den Sohn seiner Schwester Etienne Besset an, um so den Namen weiterzugeben. Er nahm aber den Sohn seiner Schwester Etienne Besset an, um so den Namen weiterzugeben.